Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite, oder eigentlich der allerersten richtigen Battle Royale Fortnite Folge in Chapter 4 Season 2 mit Freundinnen und Freunden, die gerade hinter mir sitzt auf der Couch, ihr werdet sie heute etwas leiser hören, weil sie ein bisschen weiter weg ist und ich leider keine Möglichkeit habe, irgendwie sie näher kommen zu lassen Hi Ja, wie geht's dir? Super und dir? Auch super, freut mich Leute, ihr seht schon, ich bin Level 66, ich hab mich hochgekauft, weil ich unbedingt diesen Driftskin haben wollte Der ist ultra nice, guckt euch den einfach mal an hier Freunde und Freunde finden den auch mega nice Ich hab da noch dieses Backpack hinten dran gemacht, das ist so ein Holo-Dings hier Von diesem Team Ursprünge und da finde ich, ich finde das richtig nice, dieser Drift Remake Skin Wir haben auch den Siegeshang leider schon geholt, weil wir haben gleich am ersten Tag den ersten Sieg geholt Weil Freunde und Freunde waren, die Season ist am 10. März gestartet, also letzte Woche Freitag bei euch Und ja, da haben wir Instinct gleich geholt und haben Instinct den Emote hier Ich hab hier, hm, Dankeschön, Emote Und den Schwitzer auf Lebenszeit Hm, Tschüss Leute, ich hoffe euch geht's gut, uns geht's auf jeden Fall gut und wir sehen uns dann einfach, wenn wir auf den Bus springen und den Sieg holen, oder? Auf der neuen Map in der Mega City holen wir den Sieg Ja Bis gleich Leute Und da sind wir wieder Leute, heute landen wir nicht bei der Cisadelle, sondern bei Mega City Leute Ich hab die komplette Map schon erkundet am ersten Tag, ich fand die so nice Wir landen bei Mega City, weil da gibt's halt richtig krasses Zeug und ich möchte da landen und weil Freunde und Freunde möchte da auch landen Und ja, wie gesagt, ist mal ne andere Folge so, weil ja Freunde und Freunde hier chillt und deswegen alles cool Also wenn ihr euch wundert, wir nehmen die Folge am Sonntag auf und sie kommt Montag, ja Und deswegen, vielleicht nehmen wir auch noch ne zweite Folge auf den Dienstag oder so oder Mittwoch, was weiß ich, wir werden noch sehen Leute Weil, ja, wir sind cool und wir mögen die neue Season Anstatt auf dem Boden lande ich gleich mal auf diese Raids, hier gibt's nämlich übelst krasse Raids Oh, ich sieht die Man kann auch drauf sliden, so Ah, ich dachte, ich fliege runter Ist hier ne Waffe, ist hier ne Waffe? Ich hab grad keine Nieder Das ist, by the way, die Spitzhacke von Drift Das ist so, keine Ahnung Ach, by the way, ich hab schon wieder 5000 Gold gesammelt Äh, normal Einfach mich 300 oder irgendwas Kann ich hier runterspringen? Ja Ich find das so nice, Leute Zum Beispiel der erste Shogun-Skin, den Justin immer haben wollte Hier unten ist dieser Aida-Skin, dieser Level-Up-Skin von vor zwei Seasons, glaub ich Und da unten ist der... Ich weiß nicht, was das für ein Skin ist Ist auch egal Richtig nice gemacht mit diesen ganzen Hologen Nachts sieht das halt richtig geil aus, da regnet das sogar in dieser Stadt Und wie gesagt, wenn ihr mehr so Fortnite Season 2 Folgen sehen wollt Dann lasst gerne ein Like da Würde uns freuen, weil wir haben richtig Bock drauf Ich bin auch richtig high, wie gesagt Ich mach auch noch Folgen, wenn zum Beispiel Updates kommen oder so, kleine Äh, wenns ab und zu lernen sollte, nicht wundern, Leute Wie gesagt, neues Updaten, dann lagts ab und zu mal bei Aufnahmen oder sowas Kennt ihr ja schon von anderen Seasons Deswegen bin das nicht allzu übel Oh mein Gott Wo bist du? In irgendeinem anderen Gebäude Ich hab ne tägliche Aufgabe geschafft, Leute Und noch eine andere Oh Gott Oh, ich dachte, ich flieg halt, keine Ahnung, wie ich mich runter Nee, ich wolle nicht hoch Ich komm zu dir Ja Also ich versuch's Ja, doch kann ich Muss ich jetzt hier ausmachen, wenn ich mit dir komme Freundin, Freundin Ja Oh, ich versuch's abzukürzen Nee Ging nicht, ich komme Ja, ne Hallo Hallo Hi Komm mal her Äh, hier Oh Und hier Dankeschön Uh, danke Ne, brauch ich die nicht mehr, ich mag die nicht Äh, wie gesagt, es gibt auch neue, ähm, Parox Ja, ich hab halt Munitionsrutsche Echt? Ja Was ist das? Ja, da kriegt man so mittlere Munition, wenn man so auf den Boden rutscht Mhm Oh, hier, zum Beispiel wird für Oh, lass mal, lass mal außerhalb gehen, komm mal mit Es gibt auch neue Autos Du möchtest dein Schwert haben, oder? Ja, ich möchte mal gucken, ob es das noch gibt Also ob wir das jetzt Ja, ist auch ein Motorrad, Entschuldigung Steig ein, wo? Hier hinter uns Motorrad, by the way, jetzt, äh, kann man nicht mehr springen, so, also jedenfalls habe ich es nicht rausgeguckt, wo man springt Dafür habe ich, nnnnnnn Dafür kann ich sehr schnell fahren Richtig, ja Kannst du? Nihou Wir freuen uns jetzt nämlich so aus, die spielen gerade auch auf meiner Playstation Leute Das sieht ja gar nicht so schnell aus Nee, bei mir so Ich hoffe hier ist ein Schwert Bitte Oh, nee. Echt jetzt? Dann gehen wir in einen anderen Ort Füße ich mal zurück Ich weiß halt nicht ne? Wir könnten mal hier gucken Wo ist das? Da lang AHHHHH Man kann nicht mehr so hoch fahren Ne, das war auch noch mal weg Ne Ey, keine Ahnung Leute Ich muss mich erstmal mit den Fahrzeugen vertraut machen Auf jeden Fall ist es nochmal extra slappy schock Warte mal, hier ist sie Könnte ich hier vielleicht Ich gucke mal Ja, Freunde, Freunde Genau Ne, nimm alles mit Wo war das Leute? Das sieht nicht so aus, ne? Doch hier Aber ich habe keine Schlüssel Hier ist diese kinetische Klinge Echt? Toll, einen Schlüssel bräuchte ich Egal, komm Am Ende einer kleinen Vorkaktie wäre noch einmal so Schlüsselmeister Doch, werde ich Schlüssel Schlüsselmeister habe ich momentan voll oft Ich auch Das ist irgendwie Das ist aber auch der letzte Ding Immer wenn ich bei der Zidane war Jetzt ist die Zidane Wir waren auch immer bei der Zidane Das stimmt Leute, wir werden euch das schwer zeigen Ich schwöre es euch Ich will gleich sterben Bis hoch, komm Oh, cool Oh, cool Oh, das Hier sind wir sind auch Warte von der Abbruch Was ist denn da? Das ist das mit dem Schwert Okay Und Da ist jemand Oder Ich sterbe Das Gebiet wird nicht eingenommen Das ist mein Gebiet Hä, warum ist das so weit oben? Ja, hier ist oben Ah Nein Nein Okay, Leute Wir sehen uns einfach gleich wieder Wenn wir die Klinge haben Bis gleich Okay, Leute Hier ist dieses kinetische Schwert Das kann man hier so abholen Dann kann man hier zum Beispiel Hat man so Oh, wenn es laggt, Leute Tut mir leid Das ist wie gesagt Und dann kann man so hoch Das ist sehr schön Wie quasi mit einem Hammer Und dann hat so ein Kämpfen Nahkampfwaffe quasi Man hat immer so, glaube ich Zehn Sekunden Abklingzeit Zu diesen Dash Ich finde dieses Schwert so nice Das hat so catchy Freunde und Freunde Kämpf Du hast verloren Hast du aus dem Ring geflogen Hast verloren Verloren hast du Oh Gott Ey, Leute Ich verstehe nicht, warum das manchmal so laggt Bei Freunde und Freunde lag das auch manchmal kurz Das ist echt belastend Ich zeige euch ja etwas Oh, ich bin in der Luft, Leute Man kann übelst hochdashen damit Hä? Ich habe halt gebackt bei dir Ja Ähm Zeig den Leuten Das Schwitzer-Emote Ich kann nicht Es ist bugt Wieso bugt das? Weiß Sie ist ein Schwitzer auf Lebenszeit Batsch Jetzt gehen wir in die Stadt Und mischen die auf Komm mit Oh, das wäre so praktisch Guck mal Du kannst doch auf den Ding kämpfen Ja, du musst nur hochspringen Nee Pass auf Oh Gott Wir schaffen das nicht Ich werde sterben Deswegen sage ich hau ab Ich hau doch schon ab Kommt ihr zurück? Weiß ich nicht, ich komme nicht Ja, ein Auto Ich sehe ein Auto Ich bin weg hier Ich komme nicht auf die Dinger drauf Oh, ich weiß nicht Okay Freunde, Freunde, ich komme Oh Gott Tschüss 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 Nein Nicht sterben Verdammt Luftikus Hä? Achso, es ist ja neue Perks Oh Ich dachte gerade, hä, ich hatte doch vorhin schon dieses Schwertdings gehabt Okay, Leute Geh jetzt nach oben In 3 2 1 Leute, wie sagt das jetzt? So eine Rum-Troll-Folge Hier kann man dann hier hoch Und hier ist so ein Drache und der speit Feuer Ich hab's auf Aufnahme Echt? Der feuerspeiende Drache Ich bin bei irgend so einer Fuborz oder großen Wie? Ah, ich weiß, wo ich komme Bei den Shogun Achso, ist so rot Ne, hier, hier bist du Ja Ich weiß nicht, was das für ein Skin ist Der Bug, glaube ich Ja Ist so rot, wenn du dich hier reinschläckst Ich sehe es Hologram-mäßig Oh Gott Ich bin hier weg Ich geh zu den Shogun Ich bin hier weg Oder so Es gibt auch heiße Quellen, die einen heilen, Leute Also nicht wundern Ich stelle mich jetzt hier rein Wird dann auch alles rot Nein Nee Nee Da hinten ist Aida Da sieht man sich auch nochmal an der Wand da Aida ist eigentlich auch ein richtig nicer Skin, ne? Ja, der Freund und Freunde hat den Skin ja auch Und die mag den Ja Ich hab's nicht so weit packen können Kannst du hier hochkacken? So wie ich? Nein Aha So wie ich Warte, ich komm rüber Warte Ich bin da Ey, ich kann richtig gut mit diesen Dingern schon umgehen Die neue Pump, ja Wenn die zum Beispiel mythisch ist, diese Havoc Pump Dann macht die einfach One-Hit Hallo Hier 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 Ich kann das Ding kaputt machen Tschüss Freunde, Freunde Hier sind die Gegner Wo bist denn du? Ich wurde weggedingst von dem Luftding Hä? Tschüss Hi Ich hab gerade noch zu leben Ich hör hier auch was Ich hab gerade ein Schwert gehört Echt? Ja Ich hab auch keine Waffe zum Schießen Und nur zu Oh mein Gott, Leute, das darf ich euch jetzt auch zeigen Hier gibt's so Tresore Und ab und zu spawnen dann solche Leute Und da kann man diese Tresore looten hier Quasi wie die Loot Tresore aus der letzten Season Bei diesem Mini-Update Da muss man nur die Leute da besiegen Die Tresore sind eigentlich völlig zu leicht Du musst nur den hier in der Mitte Ich hab die Wurde schon Ich bin gleich tot Ah Freund, Freund Ich bin tot Leute Oh, Hi Ja, da oben Natürlich, ich hab mir eine Schüsse gehabt Hilfe Kannst du mich retten, Co Ich werd sterben Ja, schnell Schnell komm her Runter Geh her Zu mir Nein Ah Okay, Leute, wir wollten uns das ja eh nur das Schwert zeigen Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Lasst gerne ein Like, abonniert sich Wenn ihr es nicht getan habt, aktiviert die Glocke Wenn ihr keinemals das Video verpasst Schaut mal ein Video, schreibt sich, dass ihr das verlinkt In den nächsten Seiten Haut drin, bis dann Und tschau Later